Dies ist die gut mit Jugendlichen gefüllten Aulamania des Realgymnasiums Torricell in Bozen anlässlich des Treffens des Projekts Benessere. Die Schüler der dritten Klasse der Mittelschule Ugo Foskolo haben den verschiedenen Fachleuten in Sachen Mobilfunk und Netzkommunikation aufmerksam zugehört. Der Umgang mit dem Handy, das Surfen im Netz und das Chatten in den sozialen Netzwerken gehören heute zu den täglichen Beschäftigungen, vor allem von Kindern und Jugendlichen. Diese neuen Technologien bringen sicher große Vorteile mit sich, aber bergen eben auch, wie wir alle wissen, verschiedene Risiken. Die Agentur für Umwelt des Landes veranstaltet Informations- und Sensibilisierungstreffen, die sich vor allem an die jungen Nutzer dieser Technologie wenden. Zu den wichtigsten Usern der Handy-Technologie und der Smartphones zählen ja die Jugendlichen. Deswegen setzen wir uns ein, um solche Räume vollzumachen mit Jugendlichen und ihnen zu erklären, die schöne Technologie, auf die sie jetzt Zugang haben, aber auch die Risikos und die Nachteile, die eine solche Technologie mit sich bringen kann. Zum Beispiel kommt es sehr gut an, über kleine Details zu reden, über kleine Ratschläge zu geben, mit denen man ganz einfach die eigene Exposition an elektromagnetischen Wellen stark vermeiden oder sinken kann. Neben den wissenschaftlichen Aspekten in erster Linie denjenigen, die mit dem Elektromagnetismus zu tun haben, haben sich natürlich auch die Fachleute für Sicherheit zu Wort gemeldet. Und zwar Sicherheit im doppelten Sinn. Verkehrssicherheit und Datensicherheit. Corrado Balmarin, stellvertretender Verantwortlicher der Telekommunikationspolizei, hat über die Präsenz in den sozialen Netzwerken gesprochen und über die Risiken der Navigation im Netz. Pädophilie, Kinderpornografie, Schikanen und Mobbing im Netz sind inzwischen leider allen bekannte Phänomene. Ein Aspekt, der leider viel zu oft vernachlässigt wird, aber sehr wichtig ist, ist die Handynutzung in Bezug mit der Verkehrssicherheit. Gabriele Evaldi von der Verkehrspolizei hat daran erinnert, dass in den letzten Jahren die Unfälle, die durch einen nicht korrekten Gebrauch des Handys verursacht wurden, immer zugenommen haben. Beim Fahren bleibt das Handy ungenutzt. Zusätzlich haben wir heute auch sanitäre Aspekte behandelt, genauso wie das Thema Social Networks, Facebook und so weiter und über den Schutz der persönlichen Daten. Und zuletzt aber auch extrem wichtig die Straßensicherheit, also damit, weil ja sehr viele Unfälle heutzutage durch das Benutzen von Handy-Technologien einfach bedingt sind. Die Schüler und Schülerinnen der Mittelschule Ugo Foskolo haben mit Interesse und Begeisterung die Referate und Ratschläge der verschiedenen Experten aufgenommen und verfolgt. Die Vorträge von heute waren sehr schön. Alle die Experten haben sehr gut gesprochen und auch die Polizei hat sehr gut erklärt. Die Filme waren sehr schön und auch die Erlebnisse waren sehr wichtig zu kennen. Ich fand dieses Treffen sehr interessant und nützlich. Ich habe mehrere Informationen über das benutzte Handy bekommen und auch über die elektromagnetischen Wellen. Auch das fand ich sehr interessant und nützlich. Ich fand das ganze Treffen ganz interessant und mir hat fast alles gefallen. Es ist auch sehr nützlich gewesen, die ganze Gefahr zu erkennen. Es geht darum, die Jugendlichen zu informieren und sie zu einem bewussten und verantwortlichen Umgang mit dem Internet und den Handys zu bewegen. Dr. Lino Weger, Leiter der Sektion für Umweltmedizin im Südtiroler Sanitätsbetrieb, hat den Schülern erklärt, welche Folgen für unsere Gesundheit ein nicht korrekter Umgang mit diesen elektronischen Geräten, vor allem den Smartphones, haben kann. Ein Ziel des Projektes Benessere ist es, den Kindern und Jugendlichen die nötigen Informationen für einen korrekten Umgang mit den neuen Technologien zu geben. Die Landesagentur für Umwelt wird auch in Zukunft die Entwicklung der neuen Technologien im Auge behalten und die Nutzer über Gebrauch und Risiken aufklären.